Ja hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf dem Rabenberg. Es passt wie die Faust aufs Auge. Ein tolles Trailwetter, es steckt uns förmlich an, wir können es kaum erwarten. Wir haben mittlerweile so ein tolles Team an Unterstützern. Bike24 on ist dabei. Wir haben ein Eventareal aufgebaut, das einfach nur einlädt zum Schlendern, zum Gucken und dann natürlich zum Laufen. Wir freuen uns riesig auf euch. Die Strecke ist gerichtet, die Strecke sind präpariert. Also kommt hierher und los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der Bike24 Sachsen Trail Powered bei euch. hier auf dem Sportpark Rabenberg. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für euer tolles, liebes Feedback während der Veranstaltung, auch nach der Veranstaltung. Es hat uns riesen Spaß gemacht, dieses Event hier mit euch zusammen organisieren zu können. Und vielen Dank auch an dieser Stelle an die Ämter und Behörden und dem Sportpark Rabenberg für diese konstruktive Zusammenarbeit. Wer hätte noch vor Wochen gedacht, dass wir jetzt hier so zusammenlaufen können. Und von daher, dank euch und wir sehen uns 2021 wieder hier beim Bike24 Sachsen Trail. Bis zum nächsten Mal.